Ich will zwei, drei Etagen werden. Vier. Bau doch gleich bis Blockhöhe 256. Ja, anders kriege ich das Dach nicht sonst hin. Ja, wenn du es doch mal einberechnest schon. Wobei das Haus ist ja noch eher weiter, weil man kann ja noch nach links und nach rechts weiter gehen. Ja. Du hast Zeit, wir haben alle Zeit der Welt. Ich hab ja früher mein Minecraft Let's Play einfach pausiert gehabt, weil ich alleine einfach... Erstens guckt das niemand mehr heutzutage. Zweitens alleine einfaches, normales Minecraft spielen ist der größte Scheiß überhaupt. Das muss man einfach mit anderen zusammen spielen. Und so, das ist ja ganz witzig, auch wenn ihr nicht die gesprächigsten Leute seid. Aber das kriegt das Land ja auch noch. Wir kommen ja nie zuvor, weil wir die ganze Zeit am Quadraten sind. Was bitte? Was? Dein Ernst? Was? Nein, das macht ja schon echt mehr Spaß, wenn man hier mit Leuten zusammenspielt, weißt du? Wie mehr, desto besser. Richtig. Aber okay, man sollte schon aufpassen. Wenn ich am Bauen bin, bin ich jetzt noch weniger am Quadraten als sonst. Das geht doch gar nicht mehr. Aber dann konzentriere ich mich aufs Bauen und ich halt runterfallen. Das ist dann natürlich doch passiert. Ja, aber das ist eher ein Reto. Zu viele Leute im TS sollte man auch nicht haben. Ja, das ist auch zu viel. Wegen dem ganzen Dazwischengequatsch und sowas. Und wenn es mehr Leute gibt wie mich, die fast dauerhaft reden, das wäre einfach zu durcheinander. Ich habe eine Straße gewohnt. Die Straße zur Straße. Nice. Du kannst ja gerne mal einen Kiesweg zu mir legen. Ich habe einen Pflastersteinweg gemacht, oder soll ich Kies machen? Also ich habe bei mir Kies gelegt, du kannst natürlich auch einen Pflasterstein machen. Du sollst nicht. Geht ja nicht nur nach mir, ist ja hier unsers. Ich habe etwas Kies. Ich kann mal eines machen. Du kannst auch für den richtigen Fußweg, sag ich mal, Kies nehmen. Und als Außenmarkierung, also Bordstein sag ich erstmal, weißt du, machst du Pflastersteine. Dann nimmst du diese vom Kies, wenn du die drei zusammentust, dann hast du ja auch diese Halbsteine. So wie wir ja hinten bei uns auf einem anderen Server gemacht haben, am Stadion. Hm, ich weiß, was du meinst. Wobei ich den Kies gemacht habe unter links und rechts halt. Ja man, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also muss das hier nochmal weg. Sorry Leute, dass ich das hier schon wieder hier abreißen muss, aber es muss sein. Ich habe eine viel bessere Idee jetzt. Was reißt du ab? Hä? Was reißt du denn ab? Äh, ich habe gerade, ähm, ich habe ja jetzt erzählt, dass ich jetzt schon mal ein Teil aufgebaut habe von meinem Holz und so hier, ne? Ähm, aber ich habe jetzt reißt das nochmal, äh, zwei Blöcke breit reißen das Holz nochmal ab. Ah, okay. Weil ich eine andere, ähm, Aussehensidee habe für mein Lager. Ja. Super, ist wieder nachts. Dafür muss ich zwar jetzt dann gleich ein Stück reisen, aber das ist nicht so schlimm. Es ist ja gerade wieder nachts. Ja. Gut, dann gehen wir gleich schlafen. Das passt mir sowieso ganz gut, dann reisen wir gleich. Dann reise ich gleich nochmal kurz eine Runde weg. Lassen wir jetzt heran hier. Zack. So. Machen wir nochmal eine, machen wir nochmal eine Ladung. Cleanstones. Ach ne, geht gar nicht. Ich habe keine Kohle mehr hier. Doch, da drinnen. Egal. So, habe ich noch... Kies habe ich jetzt noch hier neun und, äh, anderthalb, ne Quatsch, also ich habe anderthalb sechs Kies noch. Okay. Bringe ich den mit nach oben dann. Ja, cool. So, ich liege im Bett. Ich auch. Ich jetzt auch. Geht doch. Schnarch. Schnarch, 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 schnarch. Und dann kannst du ja, dann außerhalb der Pflastersteine, ne? Ja. Kannst du ja dann vielleicht noch überall Blumen hinsetzen. Ja, Blümchen. So ein paar Blümchen an den Rand oder so. Bei mir, zum Beispiel bei mir vor dem Haus, habe ich ja auch Kies gesetzt. Und da habe ich dann am Rand, habe ich dann, äh, Dings gemacht. Blumen. So, ich komme jetzt nach oben. Okay. Ah. Interessant, hast du gut gemacht. Fängt wunderbar an. Wo bist du denn, du? Ja, warte, hier, gebe ich dir. Hätte ich dir auch so schnarchs geben können, fällt mir ein, aber was soll's. Hier hast du das Kies. Ding Kies. So, ich muss mal gucken, wo muss ich denn jetzt hin? Wichtig ist, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Alter, hier stehen voll viele verdammte Creeper, ne? Wusstest du das? Ja. Die machen hier eine Versammlung. Minecraft ist ein Supercreeper. Ja, ich merke das auch schon. So, dann nehme ich den auch mit. Den. Au. Du Penner. Ich werde es hier um die Löcher nicht flicken, ne? Also, das können wir ein anderes Mal machen, glaube ich, wenn wir es brauchen, oder? Dann mache ich alles mal hin. Wenn man mal Langeweile hat, kann man immer gern flicken gehen. Das macht die Nachtschicht. Du weißt, dass die Nachtschicht ich sein werde, ne? Ich bin immer die Nachtschicht. So. Eben stelle was essen. Nein, mein letztes Essen! Na toll. Du isst zu viel. Ne, ich renne einfach zu viel. Aber ich bewege mich nochmal sehr schnell fort. Aua. So. Wo ist der Restatter? Ja. So, dann brauche ich da noch ein bisschen was. Ich hasse dieses hohe Gras. Wieso? Krieg dir mal das Kies. So, ähm, weg, 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 weg. Brauche ich mir zwei Stacks von, dann passt das schon, dann reicht das auch. Ähm, wo haben wir noch mehr davon? Da drüben. So. Zack. Ich glaube, es kostet echt zu viel Kies hier. Ja, nicht der ganze Nick. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. So, du willst echt in die Höhne gehen die Kies farmen. Wir haben doch da diese, hast du dir da eine Kiesstelle ja schon abgefarmt? Nein. Ach, weißt du welche ich meine? Ja, hier unten bei meinem Schäfchen. Ja. Die kannst du auch noch abfarmen und dann da irgendwie Erde händeln oder so. Und da ja mittlerweile ist doch auch an jedem, äh, an so gut wie jedem, äh, See, was. Genau so. Hier vorne war dann eine ganz große Stelle mit Kies. Ja. Toll, die macht jetzt nicht alle weg, oder? Dein Ernst? Ja. Neben deinen Schafen, da ist doch die der Menge Kies. Ja, das brauche ich noch. Und wenn ich jetzt... Sag ich mal den... Wenn ich jetzt den hier wegmache? So. Okay, die dicke, die dicke Baumreihe hier macht er nicht weg, schade. Komisch eigentlich. Ah, da hat schon mal Bambus angepflanzt, oder was? Ne. Doch. Ist das schon Bambus? Zuckerrohr, ja. Ja, nicht schlecht, wo hast denn das gefunden? Ähm, hier hinten, wo ich bin, wenn ich um den Berg gerade durchgehe, da war irgendwie so eine Stelle gewesen, das habe ich alles mitgenommen. Ja, cool, wunderbar. Dann können wir nachher Bücher machen und so einen Scheiß. Und Kuchen. Kuchen. Let's eat Kuchen. Mein Name ist Mittag. Alles Dreck. Alles Dreck. So. Ich brauche weitere Bäume. Ich bin voll der Naturquäler. Ich fälle alle Bäume, die hier rumstehen. Ach, du hast für einen guten Zweck. Ja. Für ein... Für ein Lagerungssystem. So. Jetzt habe ich nichts mehr zu essen. Ärgerlich. Ein paar Weite sind eh auf der Farm gerade fertig. Meinst du, ich kann wieder welche runternehmen, ja? Ja. Ja, ich komme gleich wieder zurück. So. So. Und dann gehe ich gleich nochmal ein Stück dahin, wo der Spawn war. Weil ich da noch ein paar Bäume fällen werde. Hühnchen. Huckuck. Komm her. Hier, Beifuß. So. So. Der Weg ist bald fertig. Aua. Okay. Okay. Also wenn die, wenn die Schafe da ein bisschen mit sich rum spielen, ne? Dann haben wir aber hier einen dicken Regenbogen, ne? Ja. Kann immer nur in der Stadt. Kann immer nur in der Stadt. Schafszeichen. So. Oh, da hat mein Magen gerade geknotert. Das ist natürlich ärgerlich. Dann musst du was essen. Ja. Später. So. Eine Workbench müsste da auch irgendwo stehen, oder nicht? Ah. Nur noch eine Workbench ist hier. Wo ist denn, was mit den anderen passiert? Eine Fisk bei mir. Hast du das nicht da gelassen? Weil wegen der Fahrer war zu groß. Okay. Ich hab immer eins abgefangen. Ich hab nur noch ein Brot. Oh mein Gott. So. Ich muss jetzt in die Richtung. Wo ist denn die Sonne? Toll. Die geht bald unter. Ich muss mich beeilen. Lauf. Lauf, Forrest. Lauf. Hör durch den Wald. So. Geh lang jetzt. So. So. Der erste Boden ist schon mal fertig. Ah, da flüchtet das Hühnchen gleich. Weil du weißt sofort, dass ich komme. Weil ich das eh nur schlachten werde. Tiermörder. Ich darf das. Aber ich darf das nicht. Nö. Ich mach's für'n guten Zweck. Ich auch. Nö. Du willst ja immer nur umbringen. Nö. Ich hab's sofort gepflanzt. Mit den Babys gemacht. Äh. Ja. Sicher. Ich hab ihm meine Liebe gezeigt. Oh, bist du widerlich. Da bin ich lieber Mörder als ein Tiervergewaltiger. Ja. Der hat auch Gefühle. Was? Der Hühnchen hat auch Gefühle. Nein, meine Axt ist kaputt. Ich glaub's nicht. Was? 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 Kannst du mal schnell eine machen? Ich hole mir die dann gleich aus dem Inventar raus. Kann ich machen. Das wär nett, weil dann brauch ich jetzt nicht zurücklaufen. Ich muss mich jetzt gleich schon kloppen. Das ist das größte Problem. Dafür schnell, wenn du fertig hast. Nicht lange fertig. Ist schon fertig, wunderbar. Gesund in der Leiste. Jo. So. Hab ich mir rausgenommen? Jo. So. Dann kann ich noch weitermachen. Dann kann ich noch weitermachen. Schau mal. Oh, ne. Schöne Kakaobohnen. Was? Dann noch schöne Kakaobohnen dazu. Das wär Hammer. Wenn ich welche finde, seid ihr bescheuert? Dann hol ich die. Okay. So. Ah, hier ist noch ein Bäumlein. Hier ist noch ein Bäumlein. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ey, der Baum ist ja nicht weggegangen. Leute, Touristen. Was? Da ist noch ein Creepy-Bahn. Ein Creepy-Bahn ist doch dort oben schon. Das war noch der eine Baum nämlich durch. Aua, aua, aua. Ja, es ist nachts. Was? Es ist nachts. Ne, echt? Ja, echt. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nachts skatert zu draußen. So sieht das nämlich aus. So. Ich versuch nämlich jetzt nicht. Jetzt muss ich noch einen Dschungel finden und dann bin ich erstmal durch. Dann kann ich wieder nach Hause kommen. Aber nicht vorher. Ach, genau. Mach ich nicht einfach so. Ja, das sieht natürlich schlecht aus hier mit dem Dschungel. Doofes Huhn, du bescheuert. Oh, ein Kürbis. Können wir Kürbissamen draus machen? Nehm ich mit. Wobei, Dschungel werden die schlechter. Na gut, brauchen wir ja eh nicht Melonen. Wirklich. Ja, trotzdem. Ein paar Mal muss alles haben. Wer muss was haben? Ein paar Mal muss alles haben. Wow. Ich werde richtig niedergemetzelt. Lauf, Lampe. Äh, sorry für die minderjährigen. Lauf Frau, lauf. Lauf. Ich habe ja auch noch mal eine richtig flache Stelle gefunden. Wollen wir umziehen? Ah, hier bin ich. Nö, danke. Ach komm, nochmal alles von vorne bauen. So viel haben wir noch gar nicht geschafft. Tch. Diese... Fast 6 Stunden, die wird erst auf... Äh, 4 Stunden, die wir erst aufnehmen, was soll's. Ich bin von hier irgendwie angesprochen. Ist das System-Time-Tit oder ist der Server overloaded? Running behind skipping 555 Ticks. Der Server laggt. Du hast einen Kürbis, ja? Ja. Ja. Ich könnte ja... Wir können... Ich könnte ja einen Eisengoldem hier hinbauen. Mit einem Kürbis? Ja. Aber dann... Den brauche ich als Kopf. Ja, dann lass uns aber erst mal ein paar Kürbisse mehr machen, ne? Ja. Aber dann kann ich nämlich hier ein paar Golems rumlaufen lassen. Dann haben wir hier schon mal ein Problem weniger mit den ganzen Zombies und so. Ja, aber dann geh's, dann kannst du ja mal in meinen Inventar gehen, den rausholen. Den Kürbis. Und mir vielleicht noch was kleines zu essen reinlegen. Gar nichts zum Essen, ich hab gar nichts zum Essen. Auch gut. Ich muss erst mal hier auf Wanderschaft gehen, wenn wieder Tag ist. Aber wie gesagt, also den Kürbis könnt ihr euch schon da rausholen. Boah, ich muss nämlich sowieso noch gleich Holz sammeln gehen, weil dann mich fühlt nämlich wieder was. Ich find einfach keinen Dschungel hier, was soll denn das? Oh geil, noch ein Kürbis? Ja man, fett. Habe ich sogar zwei. Und ein Skelett. Danke für den Kürbis. Sind sogar zwei. Danke für den Kürbis noch. What the fuck. Das sind... ...ein Creeper... ...zwei Skelette, ein Zombie... ...ne Spinne, Alter. Und Hühnchen! Was hast du? Hat die Hühnchen ins Metall gelegt. Ja, danke. Was denn? Home funktioniert nicht. Musst du zusammenschreiben, das weißt du, ne? So, ich hab mir derzeit geschrieben. Ne, ne, Set und Home zusammen. Gut, dann fühl sich mal mein Home hier hin, wenn ich gleich auf Wanderschaft geh. Weiß nicht, wird es kaputt. Was? Weiß nicht, wird es kaputt. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Hm... ...mein Dschungel. Wo bist du? Ich will ja nur zwei Stacks mit Bäumen haben. Und ein paar Sepplinge, die ich dann halt, äh, hab dann, weißt du? Dass wir die bei uns auch noch anpflanzen können. Das wär richtig der Hammer. So. Wow. Wär ich fast in der Höhle gefallen. Und hopp. Hopp. So, es wird aber gleich wieder hell, die Sonne geht bald auf. Fuck. Lauf. So, wie sieht's aus? Ich bin weit weg von euch. Sehr weit weg. Aber ich renne in den Sonnenaufgang hinein. Über ein Blumenfeld. Aber finde einfach keinen Dschungel. Nur scheiß Bergmann den ganzen Dreck da. Hm. Komisch. Seid ihr noch da? Ja. Ja. Gut. Au, au, au. Böse Spinne, böse Spinne, böse Spinne. Ja. Helpe sich. Ich bin grad nur am Stahlvergriffen. Nein, ich bin großartig. Ja. Ja, das ist so großartig. Vielen Dank.